Und er zeigt hier einen guten Sprung der Fumihisha Yumoto auf 119,5 Meter von 119,5 Metern. Ja, liebe Zuschauer und jetzt bitten wir um Applaus und авt azim für die Start-Nummer 27, Erik Spät! Und der Georg Späth ist gelandet bei 106,5 Meter, 106,5 Meter. Und der Georg Späth ist gelandet bei 106,5 Meter.